Ich bin nicht sicher, ob alles funktioniert oder nicht funktioniert. Das ist das nächste, weil manche Tastenkombinationen hat man vielleicht geändert oder nicht. Ich weiß es nicht. W, A, S, D wird jetzt irgendwie nicht, aber das war auch falsch, sondern ich muss die Pfeiltasten benutzen. So, und jetzt wollen wir eigentlich zusehen, dass wir wieder zurückkommen und wird jetzt mal ein Manöver erst einfach irgendwo hinsetzen und gucken, dass wir irgendwann da irgendwo hinkommen. Kevin, sind wir schon mal richtig, aber viel zu weit weg. Ne. Äh. Naja. Ne. Läuft. So, wo müssen wir, wo ist Kevin? Das ist Simon und das ist Kevin, alles klar. Dann kriegen wir das ja vielleicht irgendwann auch mal hin, ne? Okay. So, jetzt mal gucken. So, das macht doch schon mal einen besseren, ne, oder? So, da sind wir dann definitiv am Untergehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Am richtigen Punkt schon mal. Ich brauche eine Periopsis hier, also, und die sollte 33.000 sein, ne? Das war jetzt ein Tacken zu viel. So, passt's, oder? Ja, da brauchen wir nicht viel brennen. Dann richten wir uns doch mal danach aus, oder? Äh. Da ist es doch schon. So. Ein bisschen tiefer. So, ausgerichtet sind wir. Jetzt müssen wir eigentlich nur zum nächsten Manöver warpen, oder? Hard warp the far. Warp to next Manöver. Ja, ja, das wollen wir mal machen. Und dann brauchen wir nur ein bisschen brennen, und dann sind wir wieder auf dem Heimweg, oder? Dann haben wir doch alles richtig gemacht, oder sehe ich das falsch? Hm. Da sind wir. Die letzte Minute läuft dann. Warte mal. Ganz schnell nochmal rein. Haben wir hier alles gemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch egal, ne? Wir haben da an den Zetiliten sowieso nur die Klamotten gehabt, das heißt, das nützt alle nichts. Wir sind hier schon am richtigen Weg. So, und dann die 192 müssen wir jetzt mal brennen. Äh, wir sind passend ausgerichtet. Und, schauen wir mal, dass wir da gleich hinkommen, ne? So, 50, 40, 30, 20, 10. Stopp. So. Jetzt verschwinden wir da in dem Orbit. Ich denke, wir können jetzt mal hier gerade den entfernen. Und unsere Pärre-Absis hier nochmal angucken. So, aha. Wir müssten jetzt einmal... ...umdrehen. Und tacken können wir dann größer wieder brennen, oder? Oh, das geht aber zack, zack, ne? So, passt's. Damit soll ich ja immer da schön ankommen, hat der Dralo gesagt. 33.000. Und, ja. Da haben wir da schon mal alles richtig gemacht, glaube ich. Äh. Geh mal gerade hier hin. Und. Wir haben aber schon hier ein Eva drin, ne? Oder? Review stored data. Das haben wir mitgenommen, ja. Keep experiment, ja. Haben wir denn noch mehr? Nur eins hier dabei. Na ja, das war's dann wohl. Ne, wollen wir nicht überschreiben. Light ist jetzt on. Okay. Äh, solarpanel, wo ist denn das? Ah, da, okay. Könnten wir jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Sonne drehen, wenn's sein muss. Aber brauchen wir sowieso nicht. Läuft ja. Äh. Ja, das war's eigentlich, ne? Das ist dann schon alles geklärt, oder? So, dann würde ich sagen... Können wir hier nochmal hin? Das sieht gut aus, und dann können wir... Aber wir können das auch anders machen, ne? Lass mal... Ja, warum fliegen wir denn jetzt eigentlich? Äh, geht da nicht hin? Äh, geht da nicht hin? Ne, geht da nicht hin. Wo ist denn der Einstiegspunkt dann in diesem... Sieht man nicht, ne? Oder? Ne, ich glaube, das sieht man gar nicht. Schade. Gut, dann OPM-er. So. Jetzt nochmal. Cool, board. Nee. Ja, das ist dann auch jetzt erstmal egal, oder? Ich könnte nun Eva grad mal machen und gucken, ob da was noch... Ah, Tech Data. Ah, what, egal. Jetzt haben wir aber zwei drin, das ist auch interessant. Eben hatten wir nur einen... Cool Report haben wir jetzt auf jeden Fall dabei. Keep und keep. Gut, okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem Weg... Nach Hause. So, das ist dann unsere Flugbahn jetzt. Jetzt hat er sich noch ein bisschen verändert mit 32.000, aber alles gut, oder? Ja. Na, voll Speed machen eigentlich, oder? Und gucken, dass wir nach Hause kommen. Oh, da wird es schneller irgendwie. Na dann... Machen wir mal bis dahin. Okay. Geht's da hin. Gut, jetzt sind wir schon ganz nah. Wir sind hier mit 32.8 unterwegs. Äh, wir müssen jetzt nur gerade gucken, dass wir noch, äh, was absprengen. Boxing, okay. Transmit or cover science data from... Okay, das ist noch eine andere Aufgabe, die wir haben. Das haben wir noch... Ach so, hm. Wenn wir schon gerade hier durch die Gegend fliegen... Ne, da wollte ich gar nicht machen. Ich wollte ins Center gerade und da nach einem Auftrag gucken. Das können wir gerade machen. Ja, das können wir doch mal annehmen, oder? We want you to send us science data from space around memos. Das machen doch die Satelliten, oder? Weiß ich jetzt aber nicht so wirklich, aber wenn, dann fliegen wir da nochmal hin. Ist ja auch kein Ding, oder? Und dann landen wir da natürlich auch, ne? Das wäre das nächste, was wir dann machen können, ne? So, memos, science data from space around memos. Zack, annehmen. Build a new orbital station around memos. Okay, das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig. Plant flag on memos, ja. Moon, Körben, Körben, Duna, Körben. Test, LFB, K1, Sinboard, Liquid fuel engine on the escape trajectory. Oh, das hört sich ja echt cool an. Dann müssten wir das einbauen und dann gucken, dass wir von Minmus wieder starten mit der Kiste, ne? Aber das hört sich doch richtig gut an. Können wir doch verbauen, oder? Zack, nehmen wir auch noch. Dann haben wir da schon mal genug. Da wieder raus. Wie sieht das hier eigentlich aus? Haben wir Punkte? 140, okay. Und das waren 160, ne? Das ist also knapp davor. Vielleicht, wenn wir gelandet sind, kriegen wir den Rest dazu. Und dann gehen wir hier in unseren Trucking Station und gucken zu, dass wir ihn wiederholen, hier den Podka. Ja, ich denke, wir können dann aber auch absprengen, ne? Lass mal gerade noch mal hier reingucken. Ja, das ist noch konstant so geblieben. Dann weg mit dem Ding. Ich glaube, das ist nicht weg, oder? Nee. Das ist noch dran. Ich weiß nicht, was er da jetzt gerade abgemacht hat. So, jetzt hat er es abgemacht. So. Podka ist der Pilot. Steht denn hier noch so? Hier sind hier meine Dinger weg. Ist das so richtig? 1.3.1. Ist die neue Version. Naja, war ab hierhin. Ja, ich habe eine Versions-Update gemacht. Und ich glaube, dann ist das mit dem... Ach, schon. Die Platine muss da, glaube ich, wieder reingebaut werden. Naja, irgendwie war da was. Ich glaube, ja, der Dralo, der wird mir das bestimmt nochmal bestätigen, dass das so ist. Jetzt sind wir da wahrscheinlich schlecht unterwegs gerade. Oh, Peer. Und da sind wir auf dem richtigen Weg eigentlich schon, ne? Wo ist er denn jetzt eigentlich da? Oh, das geht aber schnell. So. Ah. Wir haben das SRS nicht an. Deswegen. Alles klar. So, retro und alles ist gut, ne? So, jetzt klappt es wieder, ne? Gut, okay. Ja, also ist das Ding in zwei jetzt wohl wahrscheinlich dann doch nicht das Problem, ne? Wo ab hier. 334. Haben wir da eigentlich noch irgendwas zu machen, oder? Ne, warte mal, da wollte ich hin. Wo ist die Kiste da? Crew Report. Let's wear around, okay. Bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, ne? Jetzt hat er das mehr oder weniger genommen, oder so? Keine Ahnung. Lights off. Lights off. Okay. Fliegen wir wieder weiter. Und das ist jetzt, sieht das jetzt hier besser aus, oder so? Weiß ich gar nicht, ne? Könnte sein, muss aber nicht, ne? Fliegen wir wieder da hin. Gut. Und dann müssen wir auch langsam schon mal gucken, ne? 75. Kommen wir gleich an. Kommen wir in die Atmosphäre, ne? Wir sind ziemlich schnell unterwegs, ne? Kann das sein? Ist der so rum richtig? Ja, ne? Oder? Ja. Da ist der Hitzeschild. Passt. Ist nur halt, dass wir so irgendwie daherkommen. Die Welt sieht ein bisschen anders aus, ne? Und das hier ist ganz schön heiß, ne? Was ist jetzt der Schild macht kein Problem mehr? Äh. Okay. Jetzt ist er weg, der Balken. Okay, da muss wohl alles prima sein. Das macht mir jetzt so gerade so ein bisschen den Anschein, ne? Als ob das gefährlicher Anflug ist, oder? Dann Wasserlano wird's auch nicht. Auf jeden Fall wird's langsamer. Dann ist Schnee auf den Bergen. Ich glaube, das ist schon eine schöne Version geworden, die 131, ne? Jetzt werden wir langsamer. Hier irgendwo in den Gebirge kommen wir wahrscheinlich runter, ne? Ist das ein Vulkandelta da, oder so? So, jetzt nimmt die Geschwindigkeit aber ab, ne? Und wir haben ja auch die Anzeigen nicht. Also fehlt das Care. Das müssen wir dann wohl wieder einbauen. Oder ich muss es irgendwo einschalten. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Müssen wir schauen. Ja, sieht schon cool aus. Muss man ja sagen, ne? 15.000 Meter drüber. Die Dingens kommen, poppen auf. Hier die Gebirgstexturen. Okay. Ob ich kriegen wir jetzt einen vernünftigen Landeplatz. Sieht so aus, als ob wir hier genau an der Klippe ankommen. Das wäre natürlich nicht so gut. Dann wollen wir mal langsam unseren Schirm rausholen. Sieht tatsächlich so aus, als ob wir da auf der Kante landen, oder? Okay, er geht auf. Ich gucke aber auch direkt auf dem Rücken, oder was? Wie er hier geht, ne? Ich glaube, wir haben ja Glück gehabt. Jo. Müssen wir gleich gucken, dass der stehen bleibt, ne? Und nicht irgendwie runterrutscht. Obwohl das dann relativ flach ist. Okay. Gleich sind wir da. Ja, er fällt doch nicht runter. Gut. Dann gehen wir nochmal noch raus. Und gucken, ob wir hier noch was Ticks hier für Sample. Geht das? Jo. Machen wir. Hier waren wir wohl noch nicht. Islands. Keep Experiment. Haben wir gemacht. Passt alles, oder? Und dann können wir boarden. Und dann sind wir recover. Gut, wunderbar. Jo. Da gibt es ein paar Punkte für, würde ich sagen, ne? Äh, der Mr. Regu bringt 19,2. Dann haben wir noch Ähm, EFA Report von den Highlands mit 2,4. Survey Sample von Highlands 9er. Der auch ein 3er. Turn from Orbit Around Men muss. 176 Punkte haben wir dann. Gut. Ein paar Teile wieder mitgebracht. Wodka hat auch was geschafft. Naja, das hat man nicht, oder? Weiß ich nicht. Läuft. Gut, äh, dann gucken wir hier nochmal rein und müssen dann überlegen, was wir machen wollen, ne? Klettern wir mal gerade ein bisschen durch. Ach, das ist hier bestimmt das Teil. Um von Dingen zu starten, ne? Die Mission ist das, genau. Okay. Hier. Noch so ein paar schöne Sachen bei. Okay. Und ein paar Tanks. Und so was. Rasen. Bauteile. Docks. Das ist das. Grabbing Unit. Okay. Hier müssen wir erst den Van bauen. Ja, das sind wir so ein bisschen vernachlässigen momentan, ne? Das sind die Landegeschichten hier irgendwie. Okay. Hitzeschild. Strut. Landing Strut. Dann noch ein paar Rachute. Und Medium Landing Gear. noch so ein paar Klamotten. Das Labor. Okay. Aber das können wir auch schon machen. Okay. Noch ein paar Forschungseinheiten. Ordine, QBE, war hier eine Ahnung, wofür das gut ist. Octor, das ist eine Steuereinheit wahrscheinlich dann. Jetzt ein paar Prozessoren, Kommutron. eine Antenne, eine Relay-Antenne. Gut. Das ist nochmal ein Solarpanel, oder? Und das ist ein Hitze-Kontrollsystem. Gut. Dann würde ich das erstmal so stehen lassen. Und warte auf Kommentare, was wir als nächstes hier erforschen wollen. Und, ja, würde dann sagen, gucken wir, dass wir dann nach Minus zur Landung nächstes Mal kommen. Und dann machen wir da weiter, ne? So. Ich bedanke mich recht herzlich für Schuessrown und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.